Immer in den schönsten Schädel, ne? In den grünsten. Aber immerhin haben wir alle in den grünen Daumen. Der Pinguin ist gespawnt, Feuerkraft gedrückt, gleich jemanden getroffen. Schön, wenn das so klappt. Ich glaube, ich kann hier echt durch die Gegend laufen und kaum getroffen sein. Immer bin ich nicht sicher, ob ich tot bin oder ob ich gerade durchs Portal gegangen bin. Ja, kaum, Lukas. Kaum. Alter, spawnt nicht immer vor mir, Lukas. Ja, Mann. Was erlaubst du hier eigentlich? Mann! Oh Gott. Oh Gott, ey. Solche Spiele machen mit ganz vielen Leuten einfach extrem viel Spaß. Die sind gemacht für die Gaming Late Night. Wusstet ihr, dass euch das gefällt? Ah, verdammt. Boy, gespawnt, 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 gleich immer den Headshot bekommen, das geht doch nicht so. Nee, das finde ich auch nicht, finde ich auch nicht richtig. Soll ich mal ändern. Ja. Ich bin einfach stehen geblieben, du hast dich bewegt. Selber schuld. Ja. Das hat es mir leichter gemacht zu spielen. Mann! Oh mein Gott. Könnt ihr dich mal nicht so schnell bewegen. Genau. Hört doch mal auf, damit ihr dann ein bisschen ein paar Kills bekommt auch. Ja. Run, Digga Digga. Run, 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 run. Wer pisst dich mit dem Team? Fette Pinguin! Nein! Ich hab den nicht bekommen. Der fette Sägen Pinguin. Der fette Sägen Pinguin. Sägen Pinguin. Sägen Pinguin. Sägen Pinguin. Sägen Pinguin. Oh verdammt. Ja. Oh Gott. Geht's dir wieder besser. Boah, rausgekommen, hab ich weggesehen. Ich hab jetzt einfach immer dieselbe... Ja, same hier. Einfach immer dieselbe Strecke. Boah. Jetzt geh weg, Iron Fist. Oh, das ist ein blödes Säge. Oh, das ist ein blödes Säge. Oh, das ist ein blödes Säge. Es gab ziemlich easy, das live. Wo geh jetzt eigentlich hier hin? Nein! Ich sterbe einfach nicht nur. Ich sterbe einfach nicht nur. Mach ich halt, ich krieg gleich so einen Krampf und Finger. Ja, ich hab vom Dauersägen. Ich seh gar nicht so viel. Ich bin mehr der Schießwütige. Und der sterbewütige. Naja, sterbewütig sind ich auch. Sterbewütig. Da arbeite ich auch sehr stark dran. Das muss man im Spiel glaub ich sein. Sonst wird das gar nix. Juhu. Da müssen wir rumspringen. Jawoll. Nein, Lukas. Ich muss meinen Zoom ausmachen, verdammt. Oh, man kann in die Burg. Jetzt spawnen da auch noch einer, jetzt spawnen da auch noch zwei. Man kann in die Burg rein, wie cool. Gebt doch da weg, ich bin weg. Einmal hat er hier. Oh, verdammt. Das ist das Portal. Da ist nie jemand gespawnt. Das ist das Portal. Das ist das Portal. Geiß in der Birne. Mann, lass mich doch kennen. Das muss bei dem Spiel so sein. Das muss der Lukas. Stirb, ach komm. Bloß der Lukas. Hast du das gehört, Lukas? Was? Ich hab nicht bloß gesagt. Nein. Oh, nein. Ein Wu connected from Brazil. Wir haben hier immer aus Brasilien mit dabei. Oh mein Gott. Boah. Der hat, glaub ich, nen richtig dicken Arsch. Was? Du bist so ein Schmalspur-Rassist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, dieser Ryder. Oh, da ist gar keiner mehr. Der ist so gut. Der. Der brauchst nicht an die Wand mal. Den Ryder muss man weg holen. Oh, jawoll. Erster. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ah, besser. Iron Pliss, verpiss dich mit deiner Säge. Nein! Nein! Ich hätte dich einfach gesagt erwischt, wenn ich der Typ da in den Weg genommen habe. Oh mein Schiff. Was? Fast letzter. Diese Karte ist auch überhaupt nicht meins. Beste Karte. Ich kacke hier nur, nur Rumpf. Ähm. Ich treffe dich von der Candyman. Und wo sind wir dann hingekommen, wenn ich nicht von der Candyman treffe? Ich kann nur noch Drachenbursche von hinten in den Kopf schießen. Ja. Solange das noch geht, kann es ja gar nicht so schlimm sein. Oh, ich hab doch noch Candyman erwischt. Alles gut. Entwarnung. Nein! Schritt so weit nach hinten gemacht. Heißt du typisch Birne? Birne ist ein Ryder. Birne war vorher schon da. Ja, ich hab mich nur gewundert, ob der wirklich Birne heißt. Ja, hab ich mir schon auch schon gewundert. Aber er heißt ja tatsächlich. Wo war der mit dabei? Der hat was in der Birne. Na, hier. Er war hier dabei, das reicht doch, oder? So, Ryder erwischt. So, Ryder erwischt. Mal. Birne? Okay, komm mal hoch springen. Schieß mal einfach die Birne. So, so, eiskaltes Jahr. Na, guck mal hoch. Boah, du scheiß Kämpfer. Du scheiß Kämpfer, Lukas. Ohne Witz. Hockt er da hinten in der Ecke und kämpft sie richtig hart ein Abend. Nein, Lukas, geh damit runter. Oh, ich kann das überhaupt nicht. Das überfordert mich einfach derweb. Und ich eskalier geistig hatte derweb. Na, Pinguin, was bist du nicht? Was ist Pinguin gar nicht? Arrrr. Komm, ich hole den Drachenburschen weg. Das war gemein. Das geht dir gut. Lukas, du kämpf. Nein, Lukas. Was denn? Das war gar nicht Lukas. Denn ich hatte doch, wir sind Freunde. Au. Nein. Ich treffe nix. Gehe ich auch nicht. Nein. Nein. Ich treff nix. Ich treff nix. Der große Bogenschutz. Es läuft's grad nicht mehr. Ich krieg keine Kills mehr. Wird zu blöd. Ja, man hat hier immer so Strecken und dann hat man so ... Streckenlöcher, Alter. Spawnt und tot. Spawnt und tot. Mann! Nein! Wieder weg! Boah. Oh verdammt. So. Jetzt kommen wir. Lukas, bepiss dich doch. Hab euch beide. Nein! Noch eins. Geil ist doch immer so random. Immer auf die Schönen, ne? Immer auf die Schönen. So. Ich wollte bloß mal den Lukas-Punkt ausprobieren, wie es da oben ist. Okay, Iron Fist, das war grad richtig dämlich. Wir sind gegeneinander gelaufen und haben nicht geschafft, mich zu erschießen. Das ist vor allem witzig, dass es Lukas-Punkt heißt. Ja, das ist der Lukas-Punkt da oben in der Ecke. Jetzt nicht mehr. Ah! Egal, es wird immer der Lukas-Punkt bleiben. So ist denn der Lukas da am Leben? Der Lukas, der mal kämpft. Ich kämpfe, ja. Ah ne, ähm. Ah doch, ja. Oh mein Gott. Haha, dich selber. Und deine Mama. Ah verdammt. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's persönlich. Ja, genau. Ah nein, nein, nein. Einfach mich selber sagen, das geht so nicht. Wo ist die Kettensäger? Ah verdammt. Kettensäger. Oh. Find ich aber schön, dass wir Leute wie Ryder dabei haben. Dann, dann, äh, können wir alle unseren, unseren Skill ein bisschen üben. Ryder ist ein bisschen herausgefordert fühlen. Ryder ist bestimmt Motorradfahrer. Oh Mann. Saber Riders. Ah. Oh. Da hat er auch mal mit der Kettensäge was versucht. Ja, hat nicht gekauft. Das Problem ist, die Kettensäge verrät einfach immer wo du bist. Kettensäge ist ne doofe Waffe. Beste. Oh. Oh. In deinem Kopf. Da ist ein Ryderada. Oh mein Gott. Nein. Au. Na. Halt nix von. Alles Glück. Kettensäge ist doof. Lens. Double. Was denn? Bin da oben nicht. Also jetzt schon, aber... Ah. Yes. Nein, nicht runterfallen. Ach, schon wieder. Oh mein Gott. Yes. Was ist los? Boah, Lenn hat's nach oben geschafft. Ja, und Lukas ganz unten. Sag ruhig, ich hab Spaß am Spielen. Stop it. Wollen wir nochmal einen anderen Spielmodus ausprobieren? Eine Runde. Ich weiß es nicht, ich find das witzig. Eine Runde und dann... Also bei mir hab ich grad eh so ein Lade-Dings. Ja, jetzt ist eh vorbei. Das Spiel ist abgekackt. Ne, jetzt geht weiter. Einen dicken Balken hat er. Einen dicken Balken. Ne, doch. Geht weiter. Gut gemacht, Lenn. Danke, Ryder. Ich hab nur gecampt, aber... Zeit für Asmaspray. Wow. Ihr seid so grün. Wir sind in Schweiz. Und hier ist alles grün. Yeah. Aus der Schweiz ist jemand beigetreten grad eben. Wow. PAMS. Ach so. Die Map... Ne, wir sind der Schweiz ausgetreten, ganz einfach. Die Map ist aber deutlich größer. Ja. Rute gegen diese Map, weil sie groß ist. Du magst alles, was groß ist. Huch. Man kann durch die Türen durch. Also sie öffnen sich dabei nicht, aber man kann durch. Oh Gott. Next Level Shit. Wir sind Geister. Wir sind eigentlich tot. Und in dem Moment bin ich gestorben. Und das macht mir irgendwie Angst. Wir sind alle Geister. Also ich hab auch nen netten Punkt gefunden gerade. Ich glaub, das ist... Hörst du auf zu campen? Lukas? Lukas kennt schon wieder. Lukas hat eigentlich den Campertitel für sich geholt. Das Campertier. Hier. Ich bin... Ich stehe so ohne Deckung da. Und so offensichtlich. Boah. Also dachte ich mir zumindest... Ich bin mal kurz raus. Mach mal was. Doch. Boah. Verhungert er gerade? Essen geht doch nicht. Ja. Sagen wir... Eigentlich will er kacken. Mann! Was? Haha. Er tappt. Was? Nein. Und auch noch daneben geschossen. Dann erschossen worden. Oh, ist das bitter. Kann man sich das so blöd anstellen. Tja. Man kann. Das ist so cool. Ich glaub, Zoom ist auf G. Standardmäßig. Warum denn zoomen? Ich hab mir umgelegt, dass die Rechte... Der ist unsichtbar geworden gerade eben. Wer? Du! Oder irgendwer anders. Irgendwer war gerade eben kurz unsichtbar. Das war gemein. Dann war er weg und dann war er plötzlich woanders und dann hat er mich ermordet. Fiesität. So, links, rechts, geradeaus. Hier ist keiner mehr. Aber man kann sogar gleich aufs Dach hoch. Also bei mir ist zwar gerade nichts los, oder? Hör auf zu kämpfen da oben. Da wird nicht gekämmt. Wenn ihr alle kämmt, dann seht ihr niemanden mehr. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Oh doch. Der wusste, wo ich kämpfe. Verdammt. Hat nicht geklappt. Ich seh alles. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hab. Ah! Wer war das denn? Verdammt. Aber der Plan war gut. Boah, jetzt noch ein bisschen. Warte. Weißt du, ich bewege mich halt einfach noch nicht mal von der Stelle. Den perfekten Campingplatz hab ich auf jeden Fall schon mal. Man darf mich jetzt bitte beim Quacken erschießen. Pfff. Du bist also wieder auf dem Klo. Toll. Wie wir zoomen. Er sucht sich bei jedem Spiel erstmal das Klo. Wer hat mich gerade erwischt? Ach, das ist doof hier oben. Ich bin hier wieder raus. Oh. Getötet von Noob in Rage. In Rage, nicht in Rage? Rage. Keine Ahnung was. Ne, Rage. 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 Doch. Noob in Reichweite. Für eure Schüsse. 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 Der Schüsse ist Schüsse. Oh oh. Für eure Kettensägen. Das hab ich verraten. Oh man, ich bin so ein schlechter Schüsse. Wow. Na, so hat sich gegenseitig umgelegt. Nichts lasste mir übrig. Ich hab ihn in den Kopf geschossen. Das tut mir sehr leid. Das tat sehr weh. Das tut mir doch nicht. Ich bin so schlecht als Schütze. Außer Elbdommerfeuer. Ja, so eine MG wäre ganz nett mal. Ja, deswegen ja vielleicht gleich einen anderen Spielmodus. Nach dem Match einen anderen Spielmodus. Oh nice. Ich muss aber auch sagen, auf so einer großen Karte ist es gar nicht so interessant. Map heißt Karte. Ja, aber manche finden gerade das so interessant. Naja, da musst du Skill haben, das ist doof. Ja, das sag ich nicht. Genau, damit können wir alle nicht aufwarten, deswegen... Wir sind ja letzt... Wow. Ich gespawnd und einen direkt erschossen, sehr schön. Warns. Danke Ryder. Hab ich verdient. Hat er mich schon gesehen? Das Spiel ist einfach so hirnlos. Wow. So wie Shooter einfach früher waren. Ja. Wie besser. Ich weiß, es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, obwohl es euch voll simpel gemacht ist. Gerade weil es so simpel gemacht ist, ne? Ja, genau. Weil es aber so schnell ist und so, da brauchst du jetzt nicht unbedingt so einen Hochglanz-Shooter mit Machs. Da reicht auch sowas. Eigentlich witzig. Ja, Oldschool-Shooter halt. Oldschool-Shooter halt. Oldschool-Shooter. Aber diese Karte macht mich wahnsinnig. Wobei, ihr meintet ja, der ist schon älter der Shooter, oder? Ja, so alt ist er eigentlich gar nicht. Ich glaub, er ist einfach auf einer kleinen Basis... Also er ist schon absichtlich auf alt gemacht. Jetzt hört ihr auch da oben zu campen, ihr scheiß-Kämpfer. Denn er hat halt auch so Effekte, die ersten in neumodischen Spielen... Hab ich getroffen? Eingesetzt wurden. Blur und sowas. Das gab's halt bei diesen alten Shootern nicht. Das wolltest du deine Ecke machen. Soll ich nicht? Ich... Hey! Okay. Halt doch mal stehen, nicht ich. Mist. Verkackt. Ah, irgend so ein scheiß-Kämpfer schon wieder. Oh. Man darf nicht mehr auf die Straße gehen. Dann hat man sofort gekämpft. Ähm... ...es gilt, ich weiß das. Pfff... Ich hör irgendwie n' Hüpfen. Waaahaaaahaaa! Ich auch! Nö... Bist du, du Kack? Campen kann man ja auch tatsächlich ganz gut, ne? Naja klar, bei den größeren Maps ist das leichter. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich hab Conny erledigt! Oh nein! Nein, nein, nein! Das ist noch jemand! Ich glaub, es ist wieder Conny! Nein! Conny will mich töten! Conny, nein! Tu's nicht! Conny! Es war noch nicht so gemeint! Conny! Conny, pass auf! Verdammt! Nein! Ich muss mein Anfangs-Kernpunkt wiederfinden, der war so gut! Nein, musst du nicht! Ich bin auch stark dagegen! Ja! Abstimmung hat ergeben, wir sind alle dagegen! Oh, hier kann man sogar baden gehen! Wow! So! Oh, jetzt wächst es bei mir gleich auch der Song! Wie viele Leute, die jetzt hier mitspielen, die eigentlich gar nicht, ne? Dabei sind, also nicht zu uns gehören! Wie viele sind wir eigentlich mittlerweile hier im Spiel? Ähm, ne ganze Menge! Echt? So geschätzt, ich würd sagen, 12 bis 14? Echt, so viele? Ja klar, wenn einmal im Server ein paar Leute drauf sind, gehen natürlich alle drauf auf den Server! Jetzt wer kämpft denn da oben schon wieder? Auf dem Dach, ich hab grad irgendwas eingesehen! Gibt's doch nicht! Wir haben ja wirklich einen Camper, ne? Nicht nur einen, vermutlich! Vermutlich nicht nur einen! Aber Candyman gehört zum Glück nicht dazu! Der Lukas! Der Lukas im Zweifelsfall, ne? Der Ryder! Der Drachenbursche! Der Drachenbursche! Nein! Und Conny wieder! Conny ist schuld! Ups! Boah! Das ist so unglaublich! Alter, meine Lungen, ey! Sehr schön! Du gehst jetzt Duell mit einem und da kommen gleich 5 andere dazu und sagen dann, hey! Mitduellieren! Genau! Und dann bist du tot! Weil Birne dich erschossen hat! Genau in deine Birne! Boah, die scheiß Katze kratzt schon wieder in der Tür! Kriegt die gut! So! Nein, sie ist keine scheiß Katze, aber es ist manchmal etwas nervig, wenn sie in der Tür kratzt und man eigentlich hier gerade nicht aufstehen kann, um sie hereinzulassen! Wen das interessiert? Also du könntest natürlich schon! Naja, das hättet ihr wohl gerne! Aber du möchtest nicht! Ja, das Problem ist, sie will dann nach einer Minute wieder raus! Ich weiß, wenn sie sich jetzt... Ja, das kenn ich! Das ist so Katze! Hä? Der Typ ist unsichtbar geworden! Hatte ich auch schon mal vorhin! Hatte ich auch schon mal vorhin! Das ist wahrscheinlich wegen Lex! Ja! Hatte einen guten Ping? Wahrscheinlich hat er einen richtig geilen Ping! Wollte ich grad sagen, ja! Dicks! Mua! Hatte den dicksten Ping hier im Land! Maka! Alter, manche Leute! Das gehen nur rein! Einfach weg! Oh man! Ja, wir haben ja echt ein paar gute dabei! Für mich zum Beispiel! Ne, das ist tatsächlich einfach unsichtbar geworden! Ne, das ist tatsächlich einfach unsichtbar geworden! Ja, das hatte ich auch schon mal! Der steht halt einfach da und wird auf einmal unsichtbar! Wahrscheinlich ein Cheater! Ganz ehrlich, wer ist das? Wer würde denn... Wer würde denn bei diesem Spiel schicken? 14 Leute sind drin! Habe ich ja gut geschätzt! Hm! Also mit 14 Leuten toktisch auf jeden Fall schon! Boah! Bams! 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 Boah! Komm schon! Ich will auch mal! Muss ich mir wieder Mühe geben, ja? Mehr Mühe! Ich gebe mir keine Mühe! Bams! Ich werde Dauerfeuer machen, wenn ich könnte! Ich werde Dauerfeuer machen, wenn ich könnte! Ich bin immer noch der Scheißspieler! Maaa! So! Ah! Maaa! 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 Maaa!